Musik Servus liebe Freunde, Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben beim letzten Mal ja so ein bisschen gebuddelt und haben jetzt mal hier die Übersicht drin. 46% haben wir also erledigt. Ja, das werden wir jetzt dementsprechend mal weiterführen. Das Loch haben wir ja soweit schon bearbeitet. Sie sind allerdings, wie gesagt, noch nicht mal ganz bei der Hälfte. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter baggern. Und ich möchte mir natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht hier einigermaßen eine gescheite Ecke finden, an der wir weiter bauen können. Das Problem wird sein, wir müssen hier so ein bisschen halb um die Ecke arbeiten. Das heißt, ich werde vielleicht mal gucken. Komm, drehen wir ein bisschen um. Genau, so passt das. So, dass wir hier, ja, das ist nämlich das nächste Problem, was ich gerade habe. Ich habe das hier ein bisschen ungünstig platziert. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier mit dem Bagger nicht reinfalle. Aber ich glaube, so sollte das passen. Ja, ich stehe eigentlich noch ziemlich stabil. Wir gehen mal in diese Ansicht. Okay, ich sehe gerade, wir wackeln noch ein bisschen. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Vielleicht noch ein Stück vorfahren. Nee, das ist gar nicht gut. Ja, das ist toll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020